Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AusfahrTV. Tatsächlich AusfahrTV. Ich spreche mit euch und ich habe das Ganze betitelt mit Realtalk. Eigentlich kann ich auch Klartext sagen, aber Realtalk ist halt so YouTube-Style und läuft halt. Ich habe ein paar Themen, die mir auf der Brust liegen, die ich ganz gerne thematisieren möchte. Und das Ganze ist alles ein bisschen ernsthafter. Ich bin gar nicht so heute so lustig, der lustige Jan, sondern es sind einfach so viele Sachen im letzten halben Jahr immer mal wieder passiert. Dazu möchte ich gerne Stellung nehmen. Und ich weiß ja, dass die eine Fraktion von euch sagt, der Jan, du brauchst dich nicht rechtfertigen. Ich rechtfertige mich hier gar nicht, sondern ich erkläre nur ein paar Sachen, weil ich das nur fair finde. Ich erreiche mit diesem Video vermutlich eh nur die tollsten Stammzuschauer. Und gerade an euch ist das hier unter anderem auch gerichtet. Und wenn ich ein paar mehr Leute erreiche, freut mich das umso mehr. Ich habe Sprungmarken unten wie immer in den Videobeschreibungstext gesetzt, weil ich ja manchmal ein bisschen ausschweifend bin. Und wen nur das eine oder andere Thema interessiert, der klickt gleich unten auf und springt zu dem entsprechenden Punkt. Ich habe im Prinzip vier Punkte hier. Einmal geht es um meine Refinanzierung, dann um Abonnenten, um Mercedes-Benz, VW und Audi und um das neue Format. Ja, und ich habe mir tatsächlich einen Blog zur Hand genommen. Normalerweise bin ich ja immer so, dass ich sage, das brauche ich nicht. Aber da so viele wichtige Sachen dabei sind, möchte ich halt nichts vergessen und nehme hier heute mal die Krücke zum Ablesen. Nämlich ja sonst immer nur bei den Meinungsvideos. Der erste Punkt ist also die Refinanzierung. Ich weiß, da draußen hat man oft den Eindruck, YouTube Money, das kostet die Welt. Du kannst es dir leisten als YouTuber. Und bei den zehn Prozent der erfolgreichen deutschen YouTuber mag das vielleicht auch so sein in der einen Form oder der anderen. Ich gehöre aber nicht zu diesen zehn Prozent, sondern ich bin eher, tja, was bin ich wohl? Mittelfeld, unteres Mittelfeld würde ich mich bezeichnen. Von meiner Reichweite, von meinem Umsatz, von dem, was ich mache. Und das ist auch vollkommen okay. Ich habe gar nicht den Anspruch, so ein riesen YouTuber zu sein. Ich weiß, ich bewege mich in der Nische. Und auch wenn dem einen oder anderen Autofan von euch da draußen, dass er bitte aufstoßen mag, Auto ist eine Nische bei YouTube. Also du kannst wesentlich mehr machen, indem du dein geiles Leben zeigst, als dass du hier Fachvideos quasi zu Fahrzeugen veröffentlicht, die gerade bei der jüngeren Generation ja immer weniger Anklang finden. Das ist ja nun mal ein Fakt. Also ist aber auch klar, da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern mir geht es hier um meine Refinanzierung. Ich habe mich 2011, habe ich mit dem ganzen Autobums angefangen. Damals habe ich noch geschrieben und Fotos gemacht. 2013 habe ich mit Jens dann AusfahrTV begründet. Ab 2013 mache ich das Ganze selbstständig. Also 2011 hatte ich noch eine Festanstellung, habe es nebenbei gemacht. Seit 2013 mache ich es halt selbstständig. 2017 habe ich die GmbH gegründet, die Lok 42 GmbH und bin jetzt also im sechsten Jahr selbstständig. Genau. Das schlimme siebte kommt erst nächstes Jahr. Und ich habe bis 2016 das Ganze auch mehr oder weniger so von der Hand im Mund gemacht. Ich habe das Glück, dass ich nicht ganz so viel Geld verdienen muss. Aber darunter leidet dann quasi der Lebensstandard der Familie. Und ich habe mir damals gesagt, 2013, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich muss meinen Beitrag leisten, dass wir leben können. Aber ich muss jetzt nicht für Luxus und Saus und Braus sorgen, sondern habe ein paar Jahre Zeit, um mir was aufzubauen. Diese Selbstständigkeit und in dem Sinne auch AusfahrTV, aber auch nachgelagert die Lok 42 GmbH, weil da mache ich halt nicht nur AusfahrTV, sondern biete halt auch noch andere Sachen an. Sonst wäre das mittlerweile recht schwer mit dem Überleben. Gut. Von 2013 bis 2016 habe ich das mit unterschiedlichen Helferlein mehr oder weniger so von der Hand in den Mund gemacht. Wenn Geld reinkam, prima. Ein bisschen YouTube-Geld kam ja, aber viel war es halt nicht. Und ganz ehrlich zu sein, in den ersten zwei Jahren haben wir das, was wir verdient haben mit YouTube, einfach nur in Hardware gesteckt. Eine neue Kamera, neues Equipment. Und also da war nicht viel zum Leben, was man noch zur Seite legen konnte. Aber es war okay zu dem Zeitpunkt. Und 2016 gab es dann für mich den ersten großen Einschnitt, wo ich gemerkt habe, damals habe ich das Ganze als One-Man-Show betrieben, mache ich ja heute auch wieder, dazu später mehr. Aber ich stand in Barcelona mit dem neuen Atheke, habe einen Platz zum Drehen gesucht. Und immer, wenn ich mich irgendwo hingestellt habe, standen da plötzlich zwei, drei Leute. Also immer unterschiedlich hier. Und das war für mich, da habe ich Panik gekriegt. Ich habe über 10.000 Euro an Equipment bei mir. Ich habe ein niegelnagelneues Auto. Ich kann hier auf alles gleichzeitig aufpassen und bin dann wirklich fast den ganzen Tag rumgefahren, bis ich dann irgendwo an so einem Provinz-Sportplatz, Parkplatz gehalten habe, um mein Review abzudrehen oder meine Video-Kaufberatung, wie ich auch heute sage. Und das war für mich ein Wendepunkt. Da habe ich gesagt für mich, ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr alles alleine. Ich brauche einen Kameramann. Und ein Kameramann muss auch irgendwo von leben. Also muss der bezahlt werden. Und habe dann die Hersteller, ich mache das mal ein bisschen kürzer, gebeten, mir einen Kameramann zu stellen. Und weil ich so ein komplexes Format habe, würde es mir halt nicht reichen, irgendeinen. Das gibt es ja auch. Die Hersteller haben in der Regel immer zwei, drei Teams, je nachdem, wie groß der Hersteller ist, auch mehr vor Ort bei den Fahrveranstaltungen, sodass sie den Kameramann stellen können. Aber dadurch, dass Ausfahr-TV vom Format her halt recht komplex ist, wenn ich da jedes Mal dem Kameramann erklären muss, was jetzt passiert, dann hilft mir das halt auch nicht beim Drehen. Dann könnten Sie mir auch einen Bewacher mitgeben. Dann kann ich es auch alleine machen. Und habe darum gebeten, dass ich halt immer Ike mitnehmen möchte als Kameramann. Und damals habe ich quasi nur alle Hersteller bedient. Dann hat sich das ein bisschen ausgelichtet, weil ein paar gesagt haben, Mensch, Kleidsmann, lustig. Aber nee. Und das ist auch okay. Also nach wie vor. Ich verstehe, wenn Hersteller sagen, die machen wir nicht. Das ist ja letztendlich machen wir ein Business zusammen. Und entweder sie wollen das und ihnen ist das wert. Oder sie sagen, das bringt uns nichts und es kostet zu viel und es ist uns nicht wert. Kann man alles machen. Ist alles in Ordnung. Ja, aber nach und nach sind dann noch die Leute wieder aufgesprungen und alles war gut. Zumindest Feig. Der hat ganz gut verdient. Und ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe mal durchgerechnet, was ich verdiene mit so einer Fahrveranstaltung. Und bin dann darauf gekommen, dass ich quasi einen Stundenlohn von zwei Euro habe vor Steuer. Also ein Euro netto in der Tasche pro Stunde, wenn ich auf so einer Fahrveranstaltung was mache. Und bin dann im Sommer 2017 wieder auf die Hersteller zugegangen und habe gesagt, ja, vielen Dank, das ist der Kameramann. Das läuft ja jetzt und ist alles viel besser. Aber für mich ist es einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll abzubilden, mit euch noch Fahrveranstaltungen zu machen, wenn ich nicht eine Form der Refinanzierung bekomme. Und auch da gab es dann wieder eine Zäsur. Einige haben gesagt, ja, nee, können wir nicht machen. Das ist ja, als würden wir dich kaufen. Vorwurf der Käuflichkeit ist dann sofort da. Und das fand ich damals lustig, weil ich gedacht habe, naja, die Beziehung, die ich zu den Zuschauern aufgebaut habe, dass die mich für vertrauenswürdig halten oder dass ihr mich für vertrauenswürdig haltet. Das ist ja nicht, weil ich Geld gekriegt habe oder nicht Geld gekriegt habe, sondern weil ich so bin, wie ich bin und mein Format über Jahre so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und ich glaube, wenn man Videos von vor 2000, also Sommer 2017 mit nach Sommer 2017 vergleicht, ich bin immer noch Jan gewesen. Und das ist ja, ich kriege immer mal wieder Kommentare auf meine Kennzeichnungen, die ich am Anfang jeden Clips einblende, in welcher Form ich profitiert habe von irgendwelchen Zahlungen, dass die Leute dann immer schreiben, du bist ja gar nicht unabhängig. Und dann frage ich mich immer, wo ist denn die Transferleistungen jetzt auf der Seite des Kommentators, wenn ich mich da schon hinsetze und sage, hier, ich informiere euch, dass ich Geld bekomme. Ist das nicht viel cleverer oder ist das nicht viel klarer dann? Ich meine, wenn du mir nicht vertraust, guck den Clip nicht. Ich schreibe es ran, damit du weißt, woran du bist. Das ist mir halt wichtig und das ist mir auch wichtig für die Hersteller, dass die wissen, ich stehe dazu. Ich mache hier keine Mauschellgeschäfte. Hier gibt es mir mal ein paar Euro und ich mache das nebenbei. Oder ich kennzeichne halt nicht, wenn ich Geld von Herstellern kriege. Ich finde, das ist eine wichtige Information für euch da draußen hinter den Bildschirmen. Ich bekomme Geld vom Hersteller und ich hoffe trotzdem, dass ich es rüberbringe, dass mir das an der Stelle egal ist, also dass das nicht mein Urteilsvermögen trübt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn man sich AusfahrTV als Format anguckt, wirklich mal tief reinguckt, ich bewerte ja kaum noch. Oder ich bewerte schon jetzt bei AusfahrTV und sage meine Meinung zu dem Fahrzeug. Aber was soll ich denn machen? Wenn da irgendwas komisch ist im Auto, dann zeige ich, dass es komisch ist. Soll ich dann sagen, nee, der Hersteller bezahlt mich, ja, zeige ich nicht. Da gehe ich drüber weg. Da kommt sofort ihr da draußen und sagt, warum hast du das nicht gezeigt? Da sind Kofferraum oder die Sitzverstellung oder weiß der Geier was. Ich kann da ja gar nichts schönreden in dem Sinne. Und was ich durchaus verstehe, ist, wenn da draußen Unverständnis ist, wenn ich jetzt zu den Preisen der Hersteller, gerade im Premium-Segment, nicht klar Stellung beziehe. Aber da muss man auch mal entspannt bleiben, finde ich, weil es gibt genug Leute, die können sich die Fahrzeuge leisten. Sonst werden sie ja nicht verkauft oder geleased. Und es gibt halt noch mehr Leute, die können sie sich nicht leisten und sind mittlerweile sauer, wie teuer das geworden ist. Und wenn ich jetzt nicht Vortragender hier wäre, also der Jan von AusfahrTV, sondern irgendwo angestellt, dann würde ich sicherlich auch stinkig sein. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Jahresgehalt habe von 80, 90, 100.000 Euro und mein Chef sagt mir, hier kannst du einen Firmenwagen nehmen, dann rechne ich das einmal clever durch. Kommen Sie zu dem Ergebnis, ja selbst ein teures Premium-Fahrzeug ist noch preiswerter für mich, als wenn ich mir ein privaten Auto kaufe und das nutze. Und sprubdiwupp habe ich dann ein Premium-Fahrzeug, von dem ich eigentlich denke, dass es viel zu teuer ist für mich. Aber als Firmenwagen kann ich mir den halt leisten. Und was soll ich denn dann also die Preise kritisieren? Manchmal mache ich das. Also was heißt kritisieren? Ich gehe dann nur von mir aus. Ich habe das neulich gemacht beim CLA. Da habe ich gesagt, ich finde es schade, dass ich mir persönlich kein CLA leisten kann, beziehungsweise mir das zu teuer ist an der Stelle. Die Art, wie ich mir leisten könnte, das ist mir einfach zu viel Geld. Mal davon abgesehen, dass ich ja gar kein Auto brauche in der Form. Na gut. YouTube-Money. Das kommt auch immer mal wieder in den Kommentaren vor. Und auch hier wieder keine Rechtfertigung, sondern einfach mal nur eine Erklärung. Seit ich das neue Format mache, passiert jetzt also nur auf dem neuen Format. Wenn ich mit Ike auf einer Fahrveranstaltung bin, in der Regel habe ich zwei, drei bis vier Stunden Vorbereitungszeit, um meine Moderation zu schreiben, um die ganzen Fakten vom Fahrzeug zu erfassen, um das Fahrzeug zu vermessen und 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 und. Aber sagen wir mal drei Stunden Vorbereitungszeit. Dann sind wir, wenn es eine Fahrveranstaltung irgendwo ist und es ist eigentlich ziemlich egal, wo es ist. Von dem Zeitpunkt, wo ich das Haus verlasse, bis ich wieder ankomme, kann man sagen, in der Regel 36 Stunden bin ich unterwegs. Und es ist auch nicht so, dass da irgendwo eine Zeit zwischen ist, wo ich halt nicht so viel arbeite oder dass ich da mein Ding mache und dann hänge ich irgendwie fünf Stunden im Pool oder drei Stunden an einer Bar und betrinkt mich und alles ist toll. Sondern das ist eigentlich ist das Arbeitszeit bis auf die paar Stunden, die ich da zwischendurch schlafe. Und dann habe ich vier Stunden Nachbereitung, also Schnitt mit dem neuen Format. Das habe ich deutlich kürzen können. Und dann habe ich nochmal eine Stunde Verteilung. Das sind dann Vorschaubilder machen, die Sachen hochladen, machen, tun, verlinken, den Blogbeitrag schreiben, dass das alles so passt. Man muss da ja so einiges machen. Hier nochmal ein Share, da nochmal und so weiter und so fort. Da komme ich also auf meine Arbeitszeit bei einer Fahrveranstaltung von 44 Stunden. Wenn ich Eik nochmal dazurechne, der mit mir fliegt quasi, sind wir bei 80 Stunden für eine, also für quasi zwei bis drei Videos, also die Videokaufberatung, das Meinungsvideo und wenn wir ein Tachovideo schaffen, nehmen wir das halt auch noch mit. 80 Stunden pro Event. Wenn ich ein Video veröffentliche und das läuft wie geschnitten Brot gut, dann bringt mir das in den ersten vier, sagen wir mal in den ersten Wochen 100.000 Views. Dann ist das Video aber schon richtig gut gelaufen. Damit verdiene ich dann zwischen 100 und 300 Euro. Vorsteuer. Muss ich noch versteuern. Sagen wir mal 100, worst case, 44 Stunden, 100 Euro, 50 Prozent Steuer runter, sondern bei 50 Euro, sind wir quasi bei dem Euro pro Stunde ungefähr. Und ein bisschen anders liegt das natürlich hier, wenn ich die Testwagen, also ich muss auch noch gleich noch drehen, die Testwagen am Bilster Berg mache, da rechne ich, also Vor- und Nachbereitung ist natürlich der gleiche Satz. Das sind acht Stunden. On Location mache ich hier sieben, bin ich bei 15 Stunden. Wohlgemerkt, aber meistens machen die Testwagen, die ich vor Ort habe, weil die ja nachgelagert sind, ein bisschen älter sind, maximal so 50.000 Views in den ersten sechs Wochen. Es sei denn, ja, irgendwas Besonderes ist dabei. Und somit ist es, glaube ich, recht verständlich, dass ich irgendeine Form der Refinanzierung brauche. Im klassischen Geschäft sieht es ja so aus, sagen wir mal Automotorsport, Autobild, ist ja egal, wie man nimmt. Man könnte auch den Spiegel nehmen oder sonst sowas. Wenn ihr, aber ihr nehmt mal die Autobild jetzt und die Automotorsport, nehmen wir zusammen, ihr legt euch zwei Hefte hin, blättert die durch, da seht ihr eine ganze Menge Werbung. Auch Werbung von den Herstellern. Diese Werbung kostet Geld, also fließt Geld vom Hersteller zu dem Verlag. Der Verlag nimmt das Geld und bezahlt davon seine Mitarbeiter. Ist relativ einfach. Also könnte man theoretisch, was ich natürlich nicht machen möchte, weil ich die Kollegen ja auch alle kenne und schätze, könnte man theoretisch sagen, ja, der Hersteller bezahlt über den Verlag die Mitarbeiter, die Redakteure, die dann die Test machen. Und somit finde ich es halt schwierig, wenn man sagt, wenn der Hersteller mich in irgendeiner Form bezahlt, dass es irgendwas groß anderes ist. Das Einzige, was hier wirklich anders ist, dass ich halt eine Person nur bin. Ich bin Verlag, Geschäftsführer, Protagonist, alles in allem. Das ist der einzige wirklich große Unterschied. Aber ich kenne keinen Redakteur von den etablierten Medien, der sich da hinstellt und sagt, naja, den kann ich jetzt aber hier nicht so schlecht machen, weil die bezahlen ja irgendwo meine Rechnung. Quatsch, natürlich nicht. Wir machen alle unseren Job und wir wollen auch alle irgendwo von leben können. Und somit gibt es verschiedene Modelle, wie man quasi mich bezahlen könnte. Das eine ist halt, man schaltet Werbung bei mir. Idealerweise bei YouTube, kriegt YouTube einen großen Batzen. Ich kriege einen kleinen Batzen, aber ich kriege immerhin ein paar Euro. Dann gibt es diesen sogenannten Produktionskostenzuschuss. Das ist, ich bekomme quasi eine Auflaufprämie, eine Erscheinsprämie. Das heißt, der Hersteller gibt mir einen bestimmten Betrag. Ich komme zur Fahrveranstaltung, mache dann mein Ding. Produktionskostenzuschuss heißt das aber auch, weil sie zuschussen die Produktion und haben aber kein Mitspracherecht. Also ich muss hier keine Freigabe durchlaufen. Dieses arme Würstchen möchte ich auch sehen, der sich dann immer meine Videos angucken muss. Sondern im Prinzip ist es so, die honorieren, dass ich komme. Punkt, fertig, aus. Und dadurch, dass ich ja mittlerweile eine Reichweite habe, die für viele Hersteller durchaus interessant ist, lohnt sich das dann auch für die. Sie könnten ja auch sagen, wir laden halt ein paar kleine ein, statt den Gleitsmann. Also wir zahlen dem Gleitsmann nichts, laden den auch nicht ein, sondern nehmen stattdessen drei kleinere YouTuber, die nicht so eine Reichweite haben. Dann erzielen sie mit diesen dreien vielleicht genauso viel Reichweite wie mit mir alleine. Und die Kosten sind gleich oder geringer. Das ist halt auch möglich. Und die dritte Form ist dann, dass man ganz andere Projekte noch macht und über diese Projekte das Ganze dann gegenfinanziert. Also ich mache einfach etwas anderes oder ich produziere irgendwas hinter den Kulissen, was keiner sieht. Das Modell finde ich persönlich am schwierigsten. Einmal, weil mich das mit meinem Format nicht weiterbringt und zum Zweiten, weil es mit der Kennzeichnung halt schwierig ist. Jetzt mal angenommen, Lada. Lada ist ein gutes Beispiel, weil mit dem mache ich ja gar nichts. Sie sagen, hier pass auf, Gleitsmann, du produzierst mal schön für uns ganz viele Snipplets fürs Internet. Dafür bezahlen wir dich. Horrend. Und dann kannst du bei uns die Fahrveranstaltung mitmachen. Ja, und dann kriege ich ja keinen Produktionskosten. Was schreibe ich dann an den Videos? Ja, ich mache andere Sachen für die und lasse mich da bezahlen. Das ist halt schwierig. Ich finde es eigentlich am schönsten im Produktionskostenzuschuss, weil der mal auf dem Punkt ist. Der Hersteller kann sich auch überlegen, nehme ich den Gleitsmann mit, ja oder nein. Und gut ist, Werbung ist natürlich auch prima. Das ist für mich halt bloß schade. Die geben viel Geld aus und ich kriege halt da nur so einen kleinen Anteil von. Ja, und am Ende des Tages, was viele vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen verlieren, weil wir YouTuber, und ich sage jetzt bewusst, wir YouTuber, es sieht ja mal alles so leicht aus und so einfach und dann machst du da halt mal dein Ding und stell dich nicht so an. Aber auch ich muss Steuern zahlen, auch ich muss Lizenzgebühren bezahlen, auch ich muss Miete bezahlen, Krankenversicherung und, und, und. Es ist halt ein Job wie jeder andere. Und darum ist es halt auch wichtig, dass man ein gewisses Geld bekommt, ein gewisses Entgelt am Ende des Tages. Und natürlich versuche ich auch, irgendwie weiterzukommen. Also es ist ja, ich mache jetzt hier nicht diesen ganzen Bums nur aus spassender Freude, sondern möchte ich meiner Familie auch ein erträgliches Leben bieten können. Zum anderen möchte ich natürlich auch, dass Ausfahrt TV irgendwann noch mal ein bisschen größer wird. Und man muss auch gucken, dass ich mich ein Stück weit unabhängig von der Industrie mache, weil da sehen wir im Moment ja auch mit den Verkäufen läuft es zumindest bei den Premiumherstellern nicht ganz so gut. Dann wird Geld in der Presse gestrichen. Dann haben die halt weniger Geld. Wer fliegt da als erstes raus? Ja, Leute wie ich dann halt. Das ist, da muss man sich nicht vor verschließen. Und natürlich gucke ich mir bei YouTube auch viele andere Formate immer mal wieder an und gucke, wie erfolgreich die damit sind und überlege, was ich da adaptieren kann jenseits der Videokaufberatung. Und das ist auch ein Grund, warum ich ihn gekauft habe. Und jetzt haben wir gar nicht so viel mit dem Chevy bisher gemacht. Aber ich habe durchaus Pläne und ich habe auch noch weitere Pläne. Ich habe bloß nicht die Ressourcen, um die mal eben so umzusetzen, sondern muss dann ein bisschen sparen, gucken, machen und tun. Gut. Refinanzierung denke ich geklärt. Ja, haben wir. Nächster Punkt. Da geht es um euch Abonnenten, um euch Stammzuschauer. Das ist für mich ein sehr schwieriges Thema. Ich persönlich habe gelernt, fangen wir doch mal so an, dass auf Stammzuschauer einzugehen und euch mit einzubeziehen im Prinzip ein Luxus ist, den ich mir leiste. Denn faktisch sieht das so aus, laut YouTube-Statistik macht ihr Abonnenten gerade mal 13,8 Prozent meiner Zuschauer aus. Runden wir mal großzügig auf auf 15 Prozent. Das ist trotzdem kein relevanter Satz, sage ich mal, oder kein relevanter Anteil. Und mir ist von mehreren Seiten geraten worden, ich sollte diverse Umstellungen in meinem Format vornehmen. Was ich auf Rücksicht auf meine Stammzuschauer nicht gemacht habe, aber nicht nur, das will ich hier gar nicht so schönreden, nicht nur Rücksichtnahme auf euch, sondern auch, weil ich es einfach beknackt finde. Wenn du dir das heutige YouTube mal so ein bisschen genauer anguckst, du musst heutzutage eigentlich Clickbait machen. Warum dieser Chevy mit 50 Litern nicht vom Fleck kommt, das muss das Video sein und nicht Videokaufberatung Chevrolet Suburban. Und da bin ich Spießer, bin ich langweilig, da bin ich oldschool, weil ich mir denke, nee, ich kann nicht ernstens schreiben, warum ich mir den neuen Einser für 61.000 Euro kaufen würde. Allein, da würde ich schon gar nicht auf die Idee kommen. Und naja, man sieht es selbst bei den etablierten Medien, das geht jetzt durch und durch. Du musst mehr Clickbait machen, du musst das Vorschaubild aggressiver gestalten und das ist echt alles nicht so mein Ding. Aber wenn ich erfolgreich sein möchte oder erfolgreicher, schneller wachsen, schneller, 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 größer, 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 dann muss ich solche Sachen machen. Dann muss ich mir gucken, was passiert auf dem Markt und wie setzt sich das um? Und man hat mir ebenfalls geraten, dein Stammzuschauer, vergiss die. Ja, die jammern, ja, die lamentieren, entweder hauen sie ab oder sie kommen, die machen eh nur so einen kleinen Satz deiner Zuschauer aus. Mach es fürs große Ganze, mach es nicht für deine Stammzuschauer. Nun, als wir AusfallTV 2013 angefangen haben, das Format etabliert haben, da war es mir sehr wichtig, Zuschauer zu haben, die wiederkehren. Und es war sehr interessant für mich zu hören, was die sagen. Und natürlich versuche ich euch auch immer wieder mitzunehmen, einzubetten. Ich lese mir halt die Kommentare durch. Ich komme halt kaum noch zum Antworten, aber ich lese mir die Kommentare durch und ich nehme sie mir auch oft zu Herzen. Und sobald genug Strömung in eine Richtung da ist, versuche ich das auch mitzunehmen und umzusetzen. Es gibt immer so ein paar Punkte, da muss ich sagen, da bin ich Geschäftsmann, da muss ich auch dran denken. Aber trotzdem macht mir das Spaß, mit euch Stammzuschauern auch zu interagieren. Und es ist auch schön, wenn ich Namen wiedererkenne. Also ich kriege ja genug Kommentare. Und ich bin alt und verkalkt. Aber für mich ist es trotzdem, das ist so ein bisschen Familie, das ist so ein bisschen Liebe, Peace und so. Ich finde das schön. Und darum ist es mir auch wichtig. Und darum seid ihr mir nicht egal. Und darum nehme ich auch Rücksicht auf euch. Aber vor allen Dingen auch möchte ich alles vernünftig machen. Ich erinnere mich noch irgendwie, das war vor zwei, drei Jahren, da habe ich mal angefangen zu gucken, was meine Kinder so gucken. Und bin aggressiv geworden. Also ich bin innerlich richtig aggressiv geworden, weil die Leute, die da was erzählt und gemacht und getan haben, so getan haben, als wäre alles nur geil. Die haben einfach gelogen. Also oft gelogen, das Blaue vom Himmel erzählt. Alles Hauptsache geile Geschichte. Geil, 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 geil. Und so entsteht natürlich auch dieser Sog, dass die Kinder denken, ich will nicht mehr Flugkapitän werden, sondern ich will Influencer werden oder YouTuber. Weil das ist das geile Leben. Dass diese Leute, die da meinen Kindern suggeriert haben, dass wir alles so geil auch knüppelhart gearbeitet haben, das kehrst du natürlich nicht nach draußen. Das macht ja das Image kaputt. Muss ja hier Mr. Goodlife. Das ist ja das Ding, was sich verkauft und so. Und jetzt habe ich schon wieder den Vater verloren. Aber naja, egal. Also ihr da draußen seid mir wichtig. Und ich denke aber auch, oder ich erwarte, sagen wir mal so, erwarten ist auch schwer und starkes Wort. Aber eigentlich schon. Ich erwarte von euch, dass ihr das genauso seht wie ich. Wir sind Partner. Ich bin nicht euer Dienstleister. Ich bin nicht der Affe, der hier rumtanzt. Und wenn ich irgendwas mache, was euch nicht gefällt, dann muss ich mir am besten noch entschuldigen. Wenn mich jemand im Kommentar dumm anmacht, dann mache ich dumm zurück. Und dann kriege ich von anderen nachher noch einen drauf. So von wegen, so kannst du uns doch als deine Kunden nicht behandeln. Ihr seid nicht meine Kunden. Ihr zahlt mir kein Geld. Hatte Jens, also Jens Stratmann hatte neulich was. Da schrieb ihm jemand, ja schon, weil der Zuschauer würde ja seine Zeit investieren, seine wenige Freizeit würde er investieren, um Jens Video zu gucken. Und damit hätte er auch einen gewissen Anspruch. Okay. Das ist okay. Wenn du das weiterträgst, dann kannst du auch bei Netflix anrufen und denen sagen, diese 10 oder 15 Euro, die ich euch überweise, die überweist ihr mir jetzt mal zurück, weil ich gucke ja euren Scheiß schon. Ich verstehe diese Denkweise nicht, aber das ist durchaus interessant, weil solche Strömungen kommen immer mal wieder. Das ist kein Einzelfall. Leute, die denken, ich bin euer Dienstleister. Und weil ihr ja schon die Werbung guckt, die in meinen Videos drin ist, muss ich nach eurer Pfeife tanzen, muss ich freundlich immer zu euch sein. Dürft ihr mich anmotzen, aber ich darf nicht zum Motorrück motzen. Und das ist auch so ein generelles Problem, was ich habe, ist, ich ziehe mir nicht alles an. Vieles perlt an mir ab. Es gibt so ein paar Trigger und die werde ich natürlich nicht verraten. Damit kriegt man mich dann halt schon. Manchmal rege ich mich richtig auf, manchmal nur ein bisschen. Das hat natürlich auch viel mit Tagesform zu tun. Aber ich verstehe auch nicht, wie man davon ausgeht. Eher zum Angenommen, wir beide, du Zuschauer und ich, wir treffen uns irgendwo in der Stadt. Und ich sage dir ins Gesicht, du siehst ja aus wie aus einem Altkleider-Container angezogen. Wie kann man sowas machen? Also das ist übrigens, die interessiert mich null. Ich ziehe mich so an, wie ich will und ich finde das voll okay. Aber von der Sprache her, das würdest du niemals machen. Das hätte auch dieser Kommentator mir niemals ins Gesicht gesagt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber weil es das Internet ist und anonym ist, ist das ja alles okay. Das war jetzt keine Stammzuschauer. Aber ich finde es halt besonders ärgerlich, wenn ich merke, dass mir Stammzuschauer, die dann auch schreiben, ich gucke dir ja schon seit 50 Jahren oder so, mir dann dumm kommen oder frech sind oder einfach nur unhöflich. Sagen wir mal so unhöflich. Man kann mir auch sagen, wenn du sagst, hey Gleitsmann, du warst nicht in Topform. Da kann man sagen, hey, das war jetzt das letzte Scheißvideo. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Was war denn Scheiße? Das Auto, das Video, das Bild, der Schnitt, ich als Person. Dann sei wenigstens, sag Gleitsmann, du warst nicht in Form. Sieh mal zu, mach mal Urlaub, irgendwie sowas. Aber man kann doch alles auch nett formulieren. Und man kann ja trotzdem zum Punkt kommen. Also wenn du mir schon sagen willst, dass ich Scheiße bin, kannst du das machen, aber dann ist es zumindest nett. Das ist so eine Grundhöflichkeit. Du, Jan, nimmst du ja nicht übel, aber ich fand dich heute richtig scheiße. Dann weiß ich, okay, er will mir unbedingt sagen, es ist scheiße, aber er nutzt da so eine gewisse Höflichkeitsform. Hingegen, wenn er einfach nur schreibt, du bist scheiße, damit kann ich nichts anfangen. Also ich finde es blöd, ich reg mich auch auf, aber ich reg mich eigentlich nur auf, wie blöd das ist. Das ist das Schlimmste. Ich reg mich auf, wie blöd das ist, dass mir jemand sagt, du bist scheiße, weil damit kann ich nichts anfangen. Ich möchte ja gern was verbessern, ich möchte ja gern besser werden. Aber mit, du bist scheiße, kann ich nichts anfangen. Und so ist das halt oft. Und was ich halt auch sehr befremdlich finde, ist, wenn mich Leute halt angehen, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Ich bin ja auch nicht ganz blöd, also schon ein bisschen natürlich, und auch alt und verkalkt auch, aber ganz blöd bin ich nicht. Ich kann ja durchaus auch zackig antworten. Aber wenn auf diese Antwort, dann so kommt es hoch. Das darfst du aber nicht machen. Warum nicht? Wenn du mich wie blöd behandelst, kann ich dich doch genauso wie blöd behandeln. Nur weil das hier mein Kanal ist und ich immer von der Kamera rumzappel. Und das ist so ein genereller Punkt. Ich glaube, viele Zuschauer da draußen vergessen, dass wir die Leute hinter der Kamera, also hier, die rumzappeln, Menschen sind. Wir sind Menschen wie du und ich. Mir ist das neulich ganz krass aufgefallen, da habe ich bei Tanzverbot mal wieder im Kanal reingeguckt und bin dann unten in die Kommentare reingegangen. Und das kann doch nicht sein. Egal, was der macht, egal, was diese Kunstfigur Tanzverbot macht, dem kann man doch nicht einen Tod an den Hals wünschen. Sag mal, da frage ich mich, wo sind wir denn hier? Also ist die Gesellschaft schon so verroht? Gut, bei Tanzi kannst du ja noch sagen, du bist in den Wald reinschalz, schalz auch wieder raus und so. Aber nein, nicht mal dann. Das ist im Prinzip so, als gucke ich mir irgendwo im Fernsehen was an, hier ein Tatort meinetwegen und da ist ein Verbrecher und den Schauspieler sehe ich am nächsten Tag an der Straße und trau dir mal richtig was auf die Fresse, weil der hat ja das kleine Mädchen da misshandelt. Schauspieler, ihr wisst schon, was ich meine. Naja, jedenfalls, ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir sind auch nur Menschen, wir haben schlechte Tage und das hat nichts damit zu tun, hey, sag mal professionell, höre ich ganz oft, Jan, das musst du professionell sehen. Nein, ich bin Mensch. An aller, allererster Stelle bin ich erst mal Mensch und dann bin ich hier professioneller YouTube-Hannes. Aber als Mensch habe ich Gefühle, habe ich Stimmung und ihr könnt nicht sagen, auf der einen Seite, hey Jan, das ist so geil, wie du authentisch bist und auf der anderen Seite, aber alles Negative soll ich dann weghalten. Immer, wenn es mal scheiße ist, sage ich, naja, okay, das lasse ich mir gefallen. Läuft und nee, so bin ich nicht. Ich bin Jan und ich sage auch, was ich denke. Und vieles perlt an mir ab, weil ich das hier lange genug mache, diesen Bums, aber ich lasse mir nicht alles gefallen. Und ich möchte euch bitten, liebe Stammzuschauer, das auch zu berücksichtigen. Ihr könnt mich kritisieren bis zum Umfallen, da bin ich auch wirklich für offen. Aber er erwartet nicht, wenn ihr mich anpöbelt, dass ich dann freundlich bleibe. Und viele, das ist auch noch mal nachgeschoben, das hatte ich auch schon des Öfteren. Herr Gleitsmann, du Scheiße. Okay. Was soll das denn, Fred? Achte mal auf deinen Tonfall. Ach, der feine Herr Gleitsmann kann nicht mit konstruktiver Kritik umgehen. Und dann sage ich immer, konstruktive Kritik heißt nicht, ich pöbel dich an, sondern konstruktive Kritik heißt, ich biete dir einen Verbesserungsvorschlag, wie du was besser machen kannst. Das heißt dann also, du bist scheiße, ist nicht konstruktiv. Aber wenn du die Kamera weiter so wackelig hältst, wird mir immer schlecht, kann ich dich nicht mehr gucken. Versuch die doch mal mit dem Gimbel zu nutzen oder so. Konstruktiv. Oder du laberst zu viel. Versuch dich doch mal in den und den Passagen kürzer zu halten. Konstruktiv. Da werdet ihr nie sehen, dass ich da drunter schreibe, lass mich in Ruhe und ich stehe über den Dingen. Das nehme ich an. Das nehme ich auch mit. Und wenn es 20 Leute schreiben, dann scheint auch was dran zu sein. Aber nur weil einer irgendwas schreibt, stelle ich nicht immer gleich alles um. Gut, für doch ein längeres Video merke ich gerade. So, jetzt kommt ein Punkt, der für mich sehr, sehr schwierig ist. Und das geht auch nochmal in die Richtung von dem Punkt eben. Ich bin halt ein emotionaler Mensch. Was soll ich denn machen? Vieles davon lebt auch das Format. Ich bin emotional. Ohne meine Emotionen könnte ich das hier nicht machen. Aber es steht mir manchmal auch im Weg, weil ich dann halt nicht so hochprofessionell bin. Es geht um den Hersteller Mercedes-Benz. Ich habe 2011, mein erster Job quasi als Autoblogger, war eine Veranstaltung von Mercedes. Ich habe mit Mercedes in den Jahren 2011 bis 2013 sehr intensiv zusammengearbeitet, hatte einen guten Kontakt, bin mit denen auch gewachsen. Das war mein wichtigster Hersteller. Und am Ende des Tages habe ich auch nie ein Heel draus gemacht. Das ist meine Herzmarke. Ich mag Mercedes nun mal einfach. Das ist mein Lieblingshersteller. Kann ich auch sagen, ist halt so. Und ich hatte euch vorhin schon gesagt, dass ich 2017 den Herstellern gesagt habe, ich brauche eine Form der Refinanzierung, sonst kann ich das nicht weitermachen. Ich kann zumindest keine Fahrveranstaltung mehr besuchen. Da hat sich Mercedes sehr schwer mitgetan Mitte 2017. Und dann habe ich halt aufgehört, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich habe keine Fahrveranstaltung mehr besucht. Dann haben sie mir Ende 2017 eine Refinanzierungsmöglichkeit angeboten und haben mir die Ende 2018 gekündigt, aufgekündigt. Und seit Anfang 2019 habe ich also keine Kooperation mit Mercedes. Und somit habe ich seit Anfang 2019 auch keine Fahrveranstaltung mehr mit ihnen gemacht. Und sie hatten mir gesagt, sie würden an der Lösung arbeiten. Da ist aber nicht das gekommen, was ich mir erhofft habe. Und sie haben mir freigestellt, ich könnte auch weiterhin ihre Events besuchen, ihre Fahrveranstaltungen. Und sie würden auch EIC übernehmen. Da bin ich aber wieder bei dem Punkt, dass ich einen Euro die Stunde verdiene. Und das mache ich nicht. Beziehungsweise das könnte ich durchaus machen, indem ich sage, die Hersteller, die mich bezahlen, das nutze ich als Querfinanzierung von anderen Herstellern. Aber das finde ich ungerecht. Überspitzt gesagt, ich kann nicht ein Mazda die Mercedes-Fahrveranstaltung bezahlen lassen. Und somit habe ich jetzt für mich entschieden, ich mache halt auch kein Mercedes mehr. Und bei allen Herstellern, die mich nicht refinanzieren, ist es so, dass ich zwei Testwagen im Jahr mache. Testwagen mache ich kostenneutral für die Hersteller. Also ganz kostenneutral ist es nicht, wenn wir ehrlich sind. Die werden mir hierher geliefert, die werden auch wieder abgeholt. Ich kann die Benzinkosten einreichen. Das zahlen die Hersteller ja durchaus. Aber ich kriege keinen Produktionskostenzuschuss. Und das ist auch vollkommen okay. Das habe ich auch nie verlangt. Ich sage halt bloß so, alle Hersteller, die nicht daran interessiert sind, dass ich mit meinem Format weiter wachsen kann, dass es mir gut geht. Dann nehme ich halt nur zwei Autos im Jahr. Ich habe dieses Jahr schon drei Mercedes-Fahrzeuge gehabt. Ich hatte die B-Klasse, den A35 und habe mir dann privat den CLA quasi nochmal gegönnt. Also nicht privat, sondern ich habe den ja auch als Video gemacht. Aber das war für mich eine nicht wirtschaftliche, nicht kaufmännische Entscheidung, sondern ich als Jan wollte den CLA in der neuen Produktversion nochmal fahren oder in der neuen Produktgeneration. Und ja, damit bin ich jetzt durch. Und ich sage das so deutlich, weil mich die Leute in den Kommentaren oder auch per E-Mail das öfter anschreiben, wann kommt denn der GLS, wann kommt denn der CLA-Shooting-Break, was ist denn mit dem GLB, das wird es einfach nicht mehr geben bei mir, bis auf weiteres. Und ohne jetzt schwarzmalen zu wollen, man muss ja als Selbstständiger immer positiv sein, aber ich persönlich denke auch nicht, dass sich da noch irgendwas dran ändern wird. Ich kann sagen, dass mir das nicht gefällt, dass ich sehr traurig darüber bin, weil wenn du deine Herzmarke nicht mehr bedienen kannst und letztendlich, ich bin ja auch mit Mercedes gewachsen, viele Zuschauer da draußen stehen der Marke Mercedes-Benz ja auch sehr nahe und könnte jetzt auch anfangen, Angst zu kriegen, dass mir ganz viele Leute abspringen, weil ich kein Mercedes mehr mache, aber was soll ich denn machen? Also ich, ja, das ist, wie es ist und so ist es normal. Und ähnlich ist es halt auch mit Audi, die nehme ich jetzt auch nochmal mit auf. Audi sieht keine Möglichkeit, mir eine Refinanzierung anzubieten. Das haben wir vor drei Jahren mal probiert. Ich schreibe die immer einmal im Jahr freundlich an, ob sich da irgendwas getan hat. Dann schreiben wir mir freundlich zurück, dass es nicht geht. Und dann plane ich halt zwei Testwagen im Jahr. Und ich bin auch immer wieder auf VW angesprochen worden, was da denn nun ist und was da vorgefallen ist. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas zu verbergen habe, sondern dass es schwierig ist, in der Branche sich gegen einen Hersteller zu stellen, weil dann oft andere Hersteller Bedenken haben, dass man sie genauso behandelt. Ja, lasst das sacken, dann versteht ihr, glaube ich, alles, was ich meine. Bei VW ist es so, ich wollte jetzt eigentlich nochmal probieren, auf sie zuzugehen. Dabei habe ich mich sehr ungeschickt angestellt und somit ist das Thema auch erledigt. Und ich glaube nicht, dass ich in den nächsten Jahren mit VW noch zusammenarbeite, mit VW PKW. Ja, es ist halt so, wie es ist und ich meine, eigentlich ist es ja auch ganz schön, denn in diesem riesigen Umfeld, was wir hier haben, gibt es genug Hersteller, gibt es genug YouTuber. Keiner muss mit irgendeinem unbedingt zusammenarbeiten, sondern man hat ja die Wahl. Und das ist ja auch ganz gut so. Gut, letzter Punkt, das neue Format. Als ich das Format umgestellt habe, Anfang 2019, ist das gerade bei euch Stammzuschauern nicht auf besonders viel Gegenliebe gestoßen. Ein paar sind durchaus angetan, aber zumindest die lautstarke Mehrheit, nee, will ich noch nicht mal sagen, es kommen immer wieder Stimmen, die sagen, das ist irgendwie scheiße, das neue Format passt nicht. Die Kritik, die dabei kommt, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das, was ich als Person darstelle oder dargestellt habe in den anderen Jahren, in den anderen fünf Jahren, solange ich wie ich Ausfahrt TV halt mache, das Menschliche ist halt verloren gegangen und ich bin da quasi wie so ein austauschbarer Roboter. Das ist vereinfacht gesagt, was ich als Feedback mir herausziehe aus den Kommentaren, die da zurückkommen. Und ja, das findet ihr halt nicht so super da draußen. Es gab auch andere Stimmen, die finden das eigentlich ganz gut. Lustigerweise gibt es jetzt auch Stimmen. Ich habe jetzt ein paar Videos eher so in Richtung 40 Minuten gemacht. Der Dreier waren, glaube ich, irgendwie 46 Minuten, die ein bisschen das Ganze belächeln und sagen, ja, du gehst ja jetzt zurück zum alten Format oder sich wünschen, hey, werde wieder kürzer statt länger. Mein Anspruch ist es, zwei Sachen gleichzeitig zu schaffen. Ich möchte eine Videokaufberatung produzieren, die eine möglichst hohe Informationsdichte hat für den Kaufinteressenten eines Fahrzeugs, dass denn er seine Zeit investiert hat, diese 40 Minuten mein Video zu gucken, das einen sehr guten Eindruck von dem Auto hat und sich konkret überlegen kann, Mensch, fahre ich jetzt zum Händler und mache mal eine Probefahrt oder das ist vielleicht eher nichts für mich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich muss meine Videos so effizient wie möglich gestalten, damit ich als Person nicht auf der Strecke bleibe. Und dazu war es zwingend notwendig. Die alten Videos, das alte Format, wenn wir mal ehrlich sind, ging das ja mittlerweile Richtung 90 Minuten eher als nur eine Stunde. Und selbst wenn ich jetzt mal wie beim BMW 3er 46 Minuten mache, ist das immer noch die Hälfte, die Hälfte vom alten Format. Und ja, das neue Format ist noch durchstrukturierter als es das alte war. Und natürlich schneide ich da jetzt Versprecher raus. Natürlich kürze ich das an Stellen auch teilweise ein, wo mich dann das alte Format mal wieder einholt und ich anfange, la, 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 und ihr wisst ja gar nicht, was los ist. Aber im Prinzip, wir haben die gleiche oder fast die gleiche Informationsdichte wie bei den 90 Minuten. Die schaffe ich jetzt in 30 bis 45 Minuten abzuwickeln. Und darum geht es mir in der Hauptsache. Nicht wenige haben gesagt, ja, Jan, schade, du gehst dabei so ein bisschen verloren und Ausfahrt TV hat ja auch dich ausgemacht. Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Einer schrieb, du bist ja auch ein guter Entertainer. Ja, da habe ich, ja, komm, machen wir lang wieder. Das ist immer so in das Kurze da. Ja, Jan, der Entertainer. Aber der Punkt ist halt, dass ich aus den Zahlen, aus der puren Statistik mir abgeleitet habe, dass das lange Format auf Dauer einfach nicht mehr funktioniert, weil immer weniger Zuschauer das lange Format gucken. Und ich habe nichts davon, dass ein paar, und hier sind wir wieder bei diesem Anteil von 13 oder 15 oder meinetwegen auch 25 Prozent der Stammzuschauer, von denen dann sich vielleicht ein Prozent lautstark äußern, wenn ich für die jetzt das lange Format weitermache, weil im Prinzip sieht es doch so aus. Wenn du irgendwo auf ein Video gehst, sagen wir mal jetzt mal einen Kühlschrank, ne, Waschmaschine, Waschmaschine finde jemand toll. Willst du eine neue Waschmaschine kaufen? Und dann gibst du jetzt einen hier, Google, Waschmaschine, Siemens, Kaufberatung. Und siehst du, okay, also Siemens könnte auch eine Bosch sein oder was weiß ich, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Ich bin nicht so bei Waschmaschinen, noch nicht. Dann siehst du untereinander zwei Leute, die da offensichtlich so ein Ding getestet haben. Und der eine macht das Ganze in fünf Minuten und der andere in einer Stunde. Also ich zumindest, und ich denke mal, ihr auch, werdet als erstes auf diesen Fünf-Minuten-Test klicken. Und wenn der in fünf Minuten alle Informationen raushaut, die er braucht, fein. Und wenn er das nicht macht, dann guckst du nochmal die Stunde. Aber ich verliere im Prinzip bei diesen 90-Minuten-Videos ein Großteil der Leute schon in der Suchanzeige, in der YouTube-Suchanzeige, was ist das? Was hat er denn geraucht? 90 Minuten für ein Auto. Was soll das denn? Gut, die, die da mal reingeklickt haben, haben verstanden, warum das 90 Minuten sind und wie das aufgebaut ist und dass es ja auch eigentlich ganz pfiffig ist und ihnen auch wirklich weiterhilft. Aber es geht um die Leute, die die Vorschau sehen und dann haben sie irgendwie die Autobilder mit fünf Minuten und den Gleitsamer mit 90 Minuten. Ja, dann gucken die die Autobild. Ist halt so. Das mache ich ja auch bei Waschmaschinen und Kaffeemaschinen. Und jetzt bin ich bei 30 Minuten, 30 bis 40 Minuten. Also ich möchte eigentlich wieder in Richtung 30 Minuten. Die Autos machen es mir bloß halt schwer. Und da habe ich dann schon wieder eine größere Chance, weil Automotorsport und Autobild sind ja auch schon wieder ein bisschen länger geworden und so. Da ist der Unterschied nicht mehr so ganz so stark und da erreiche ich mehr Leute. Ja, und ich habe mir sogar extra die Zahlen mal rausgeschrieben. Ich habe das erste Halbjahr 2018 verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019. Und ich stehe dieses Jahr besser da. Ich habe 500.000 Aufrufe mehr, drei Millionen Sendeminuten mehr, 500 Abonnenten mehr geholt in der Zeit. Und die durchschnittliche Sendedauer pro Clip ist gerade mal um drei Sekunden zurückgegangen. Was mir persönlich zeigt, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Dazu kommt noch, also Zahlen lügen. Also ich könnte euch das jetzt hier als einen heiligen Greif verkaufen, das ist aber totaler Schwachsinn. Weil jedes Jahr mache ich ja eine bestimmte Anzahl von Videos, ich glaube so 100 ungefähr, vielleicht sind es auch nur 70. Und die werden ja auch nach wie vor geguckt. Im Moment, mein stärkstes Video ist die A-Klasse. Also der A250, den ich letztes Jahr auf der Fahrveranstaltung gedreht habe. Nach wie vor mein stärkstes Video im Monat. Auch was die Sendezeit angeht. Und das spielt dann natürlich auch mit rein. Und wenn ich jetzt fünf Jahre weitermache, dann ist auch dieses Video hier irgendwo da noch mit drin. Auf der anderen Seite laufen die alten Videos natürlich nicht so gut in der Regel. Und auch letztes Jahr hatte ich irgendwie alte Videos, die noch gut funktioniert haben. Also man kann es eigentlich schon vergleichen. Dazu kommt noch im letzten Jahr, im letzten Halbjahr 2018, war ich noch mit Tobi unterwegs. Also hat Tobi noch für mich gearbeitet. Wir waren also zu zweit. Wir hatten einen wesentlich höheren Durchsatz, was Videos angeht. Wir haben wesentlich mehr Videos gemacht. Und seit dem 01.01.2019 mache ich das Ganze wieder alleine. Also ich mache Ausfahrt TV nach wie vor als One-Man-Show. Joanna fängt jetzt an zu studieren. Und die hatte Anfang des Jahres andere Aufgaben. Da musste sie sich fürs Studium vorbereiten. Wenn sie anfängt, wieder zu studieren, also wenn sie da tatsächlich anfängt, dann werde ich sie auch wieder einstellen. Dann würde sie aber auch nicht schneiden für mich, sondern andere Sachen machen, für die ich sonst keine Zeit habe und die sie so locker neben dem Studium hermachen kann. Ich würde mir dadurch auch Arbeit abnehmen. Aber das ist Arbeit, die ich im Moment einfach nicht mache. Ich lasse sie aber liegen, weil ich es nicht schaffe. Und somit mache ich dieses Jahr mit weniger Manpower und weniger Videos mehr Views als im letzten Jahr. Und von daher kann ich sagen, ja, das neue Format lohnt sich für mich auf jeden Fall. Punkt. Dazu kommt noch ein ganz anderer Faktor. Ich hatte euch ja eben gesagt, hier, ich brauche 15 Stunden. Wenn ich jetzt hier so einen Seat als Testwagen stehen hatte, da habe ich früher fünf Stunden länger im Vögel gebraucht. Da hat das Video, also die ganze Erzeugung, 20 Stunden gedauert. 20, 21, je nachdem. Und bei den Fahrveranstaltungen, die 36 Stunden, die wir unterwegs sind, sind wir unterwegs, da ändert sich der Wert nicht dran. Aber die Arbeitsbelastung bei der Fahrveranstaltung, die ist auch deutlich erträglicher geworden, weil wir halt weniger drehen müssen. Oder die das Review in einer kürzeren Zeit durchproduziert haben. Und früher sind wir quasi aus dem Flughafen rausgefallen, ins Auto, ans Auto gestürzt, teilweise mit Ellenbogen raus, damit wir möglichst schnell los konnten. Und waren die Letzten im Hotel, wenn wir es überhaupt zum Essen geschafft haben. Und am nächsten Morgen die Ersten, die mit dem Auto wieder losgefahren sind. Mittlerweile sind wir auch mal so im Hotel, dass wir ganz entspannt noch mal duschen können, was teilweise wirklich schön ist. Und was auch vernünftig ist. Und ich merke halt schon, ja, ich habe jetzt auch im ersten Halbjahr wieder unheimlich viel gearbeitet, was die Stunden angeht. Und dann sicherlich hätte ich gern jemanden wie Tobi, der mich unterstützt. Aber das kann und möchte ich mir im Moment nicht leisten, Mitarbeiter. Und dafür, dass ich das alleine mache, finde ich, ist das alles noch gut. Ich werde jetzt aber auch weiter Wege suchen, um das Ganze umzustellen, damit ich das noch möglichst lange machen kann. Kann ich nicht übersehen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist einfach nur Humburg. Gut. Das waren Sachen, die mir auf der Seele lagen, die ich mal thematisieren wollte. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das jetzt hier geworden ist. Wahrscheinlich wieder viel zu lang. Aber mir war es wichtig, das mal rauszuhauen. Und selbst wenn sich keiner anguckt, ich habe es mal in der Form gesagt und rausgebracht. Und ein paar Sachen sind für mich wichtig. Ich werde mir da jetzt einfach Sprungmarken quasi selber anlegen. Und dann, wenn jemand fragt, was ist denn mit dem Mercedes, kann ich dann einfach da rein verlinken. Dann muss ich das nicht jedes Mal schriftlich beantworten, und gebe dem Fragenden aber trotzdem eine vernünftige Antwort. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe noch einen Punkt. Den habe ich irgendwie vergessen. Jetzt mache ich mir hier schon so einen eilen Zettel und vergiss eine Sache. Ja, sehr schön. Gut, der letzte Punkt ist nämlich das Ding da, der Chevrolet. Schuld euch auch noch eine Videokaufberatung oder zumindest ein Vorstellungsvideo. Machen wir alles, alles kein Problem. Ich bin des Öfteren mal angesprochen worden, gar nicht aggressiv, gar nicht bösartig, aber so von wegen, ey, die Umweltsau. Der Chevy, die Umweltsau. Und ich bringe das auch gerne auf den Punkt nochmal. Der hat ungefähr einen Verbrauch zwischen 20 und 25 Litern. Und das ist natürlich brutal viel. Und das ist natürlich auch nicht gut für die Umwelt. Und mir ist das durchaus bewusst. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, hey, scheiß drauf, Greta, hau ab und so. Ganz im Gegenteil. Ich habe mein persönliches Leben in den letzten Monaten, in den letzten zwei Monaten angefangen umzustellen. Ich, jetzt wäre ich fast sentimental, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir haben ja unsere Regierung, die sich da so ein paar Sachen von uns ausdenkt. Kein Diesel mehr fahren, kauf die Elektro, mach dies, mach das, mach jenes. Fliegen soll teurer werden. Fliege am besten gar nicht mehr. Doch kannst wieder fliegen, weil so schlimm ist es gar nicht. Also die Sachlage ist ja gar nicht klar. Esst Avocados oder isst Avocados, die sind gut für deinen Körper. Nein, bloß keine Avocados. CO2-mäßig eine vollkommene Katastrophe, braucht ganz viel Wasser. Und bis die hier sind, geht gar nicht. Und Fleisch kannst du gar nicht mehr essen. Also wenn du nicht ab sofort Veganer bist, kannst du dich eigentlich gleich erschießen, weil du so ein schlechter Mensch bist. Das sind ja so die Extreme, die es gerade so gibt. Und dann tue ich mich natürlich auch schwer, hier zu sagen, ey Kinder, ihr müsst mal ein bisschen auf euren CO2-Haushalt gucken, wenn ich dann das Ding daneben mir stehen habe. Und erst mal ganz wichtig, der hat nicht umsonst ein Hakenzeichen. Fangen wir damit mal an. Fahrzeuge mit einem Hakenzeichen dürfen im Jahr maximal 9000 Kilometer bewegt werden. Also ist das kein Alltagsauto? Und der nächste Punkt ist, der braucht zwischen 20 und 25 Liter. Jetzt erzähle ich euch ja nicht mit dem ganzen Clip lang, dass ich schon aufs Geld achten muss und gucken muss und nichts umsonst ist und ich hier nicht YouTube-Money habe. Ich bzw. die Firma zahlt den Sprit. Und jedes Mal, wenn ich tanke, an der Tankstelle, 140 Liter fast der Tank, das sind dann gut 200 Euro, die ich da vertanke. Da ist nichts, dass ich sage, und? Und jetzt? Nee, ganz im Gegenteil. Ich denke, weia, 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 bis ich dann zur Kasse gehe und der Tank war total, hey, ne? Guter Mann. Was läuft? Tolles Auto. Ja. Ich fahre den sehr selten. Und es ist ein Oldtimer. Und die Idee unter dem Hakenzeichen ist ja, dass Leute wie ich zum Erhalt dieser automobilen eine Historie beitragen. Also ich muss nicht so viel Steuern zahlen für den, weil man weiß, ich fahre den ja auch nicht so und der muss einen gewissen Zustand haben, sonst kriege ich das Hakenzeichen auch nicht. Ja, und genau das mache ich auch mit dem Wagen. Ich bin einmal in Hamburg gewesen. Das war die erste Fahrt, die ich überhaupt mit dem Chevy gemacht habe. Und ich bin einmal in Frankfurt gewesen und ich habe den, glaube ich, dreimal, seit ich ihn habe. Und ich habe den ja im Januar gekauft, habe ich ihn mit nach Bielefeld genommen. Das ist so alles. Also hat er jetzt gut, also unter 1500 Kilometer habe ich den im ersten Halbjahr bewegt und ich glaube auch nicht, dass es im zweiten Halbjahr mehr wird. Das ändert natürlich nichts daran, dass trotzdem ich 25 Liter verbrauche und der entsprechend auch CO2 raushaut und, und, und. Ich sage nur, ich persönlich kann mit meinem Gewissen das vereinbaren, dass ich den ab und zu fahre. Und ich habe ja auch noch eine Citroën DS, Citroën DS, nee, Citroën darf ich jetzt sagen, haben Sie umgestellt. Die braucht 14 Liter, wenn ich die normal im Alltag fahre, zwischen 12 und 14 Liter. Ja, als ich die noch gefahren bin, habe ich die 9000 Kilometer aber ausgereizt, weil die kannst du ja schon, schon einfacher fahren. Ein anderes Beispiel, und ich will gar nicht auf andere zeigen, also es geht mir jetzt nicht darum, einen schwarzen Peter, ich sage ganz klar, ja, da muss man vorsichtig mit umgehen. Aber wenn du dir jetzt die Tuning-Branche zum Beispiel anguckst, die fahren auch nicht mit Luft. Und ich sage mal so, ein durchschnittlicher Nutzer eines GLE-63 SQPs, ist, da ging ich nämlich Mickey Maus, da ging ich nämlich Mickey Maus. Aber mein persönlicher Carbon Footprint ist eh katastrophal. Ist wirklich katastrophal, kein Witz. Und es ist auch nicht so, dass es mir egal ist, ganz im Gegenteil. Ich finde diese Friday-for-Future-Bewegung finde ich super, ganz im Ernst. Ich finde es gut, dass junge Leute sich für Politik interessieren und dass es denen wichtig ist, was für die Umwelt zu tun. Und ich finde es gerade zu bizarr und lächerlich, wenn Leute in meinem Alter sich da irgendwelche Sachen rauspicken und sagen, ja, aber da haben sie das nicht gemacht. Hey, 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 guck mal, die sind gar nicht so gut. Die bewegen wenigstens was. Die machen auch was. Und ich habe das persönlich für mich zum Anlass genommen, zu gucken, wo kann ich mich verbessern im Rahmen meiner Komfortzone. Ich finde es schwachsinnig, jetzt zu sagen, du musst dein Leben total umstellen, um CO2-neutraler oder besser zu leben. Das kann ich gar nicht. Ich muss fliegen oder ich mache einen anderen Job. Aber ich habe diesen Job jetzt fünf Jahre aufgebaut. Ich kann nicht einfach sagen, ich schmeiße das weg. Aber was ich machen kann, in der Regel sieht es so aus, übliches Ziel für uns ist ja Barcelona. In Spanien, das heißt, ich fahre mit dem Auto nach Hannover, fliege mit dem Flugzeug von Hannover nach Frankfurt und von Frankfurt nach Barcelona. Das mache ich schon lange nicht mehr, sondern ich versuche jetzt immer den Hersteller zu sagen, ich fahre bis Frankfurt und fliege von da an. Ja, ich fahre mit einem ganz normalen Verbrenner auch nach Frankfurt, aber mein CO2-Footprint ist weniger schlimm, als wenn ich diesen Kurzstreckenflug noch mitnehmen würde. Ja, es wäre deutlich besser, mit der Bahn zu fahren. Das sehe ich auch so, das verstehe ich auch, wenn man mir das vorwirft. Aber das meine ich mit dieser Komfortzone. Ich kann das machen. Es ist für mich aber extrem aufwendig, sagen wir mal so. Ich habe zwei bis drei Koffer bei mir. Da fängt es ja schon an mit der Bahn, wenn ich in den ICE steige. Mit dem muss ich, wenn ich nach Frankfurt will, auch noch umsteigen. Das kann man natürlich machen, wenn man alle Zeit der Welt hat. Aber wenn man morgens um vier los muss oder so, dann schockt es halt nicht. Das kann ich persönlich, möchte ich das nicht leisten. Was ich aber leisten kann, ich kann zumindest sagen, auf den ersten Flug verzichte ich. Ich fahre mit dem Auto und spare da schon mal ein bisschen was ein. Und das ist genauso. Ich esse gerne Fleisch. Ob das nun gut ist oder schlecht, will ich gar nicht bewerten. Aber ich versuche im Moment deutlich weniger Fleisch zu essen. In jeder Hinsicht. Also egal, wo ich bin, versuche ich weniger Fleisch zu essen. Ich esse dann lieber einen Salat mit ein bisschen Fleisch drin als das dicke Steak zum Beispiel. Nicht immer, bin ich auch ganz ehrlich, aber im Rahmen meiner Möglichkeit versuche ich zu gucken. Im Rahmen meiner Möglichkeit versuche ich auch mit meiner Familie effizienter zu leben. Wir haben über Elektrizität gesprochen, dass man auch mal Licht ausschalten kann, dass man Türen besser zumacht, dass man mal lüftet und so weiter. Also diese gesunden Menschenverstands-Sachen, bei denen man oft aus Bequemlichkeit sagt, nee, machen wir nicht. Dafür ein Bewusstsein schaffen und nicht auf andere zeigen und sagen, du musst dich ändern, sondern ich versuche gerade, mich zu ändern. Und mit diesen Änderungen, die ich da mache, sage ich mir, ich kann mir diesen Luxus leisten, ab und zu mal den Chevy zu bewegen. Und mir ist durchaus bewusst, dass es nicht gut ist, den so zu bewegen, aber ich finde es noch vertretbar, weil ich mir auf anderen Ebenen mittlerweile sehr viel Mühe gebe oder Mühe gebe, sagen wir es mal so, noch nicht mal sehr viel Mühe. Man muss ja nicht immer alles gleich sofort alles machen. Man muss ja nicht alles komplett umkrempeln. Aber ich denke halt, wenn jeder von uns so handeln würde, keine Plastiktüten mehr nehmen, immer irgendwie so einen Beutel in der Tasche haben und, und, und. Es gibt ja so viele kleine Sachen, die man machen kann, ohne dass man sich einen Zacken aus der Krone bricht, dann wird es uns schon ein bisschen besser gehen. Schritt für Schritt. Und ja, man kann sich natürlich auch auf den Punkt stellen und sagen, ob ich das nun mache oder nicht, scheißegal, weil die anderen machen es ja auch nicht. Aber ich finde, das ist halt der falsche Weg. Und so sage ich, ja, ich kann gut gewissens dieses Auto ab und zu mal fahren, weil ich es wirklich im Rahmen mache. Und es kann sogar sein, dass ich mir demnächst noch ein Auto kaufe, was vielleicht nicht ganz so viel verbraucht, aber was ich auch aus Spaß fahren möchte. Und auch das finde ich in der heutigen Zeit fraglich, ob man das noch machen darf. Aber dann werde ich halt versuchen, auf anderen Seiten wieder mehr mich zu beschneiden, um dieses CO2, was ich verschwende, auch irgendwo wieder einzusparen. Gut, das soll es gewesen sein. Jetzt bin ich auch raus. Ich freue mich sehr über eure Kommentare und hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich hoffe auch, dass ihr verstanden habt, dass ich mich nicht rechtfertigen muss oder will, sondern dass ich euch einfach ein Stück mitnehmen will, weil ich euch als Partner sehe, euch Stammzuschauer im Besonderen, aber auch generell euch Zuschauer, dass wir zusammen immer ein Stück gehen. Und da möchte ich auch, dass ihr versteht, warum ich wie was mache. Und jetzt muss ich mich hinsetzen, noch schnell die Moderation für den Seat schreiben. Seat Leung, TGI, Erdgas. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder was auch immer es gerade ist, wenn ihr das hier guckt. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, sage wie immer, Tschüss, bis dann, euer Jan. Bis dann. Birgit. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020